Warum lohnt sich eine Rundreise durch New York? Eine New York Rundreise kann aufgrund der beinahe endlosen Anzahl von Besichtigungen und Aktivitäten ein Reiseerlebnis der besonderen Art werden. Welche Sehenswürdigkeiten bietet New York? Während deiner New York Rundreise kannst du deinen kulturellen Hortzion auf unterschiedliche Art und Weise erweitern. Neben einer Vielzahl von Museen und Denkmälern solltest du auch den Besuch von zumindest einer der vielen Aussichtsplattformen in Erwägung ziehen. Welche Grünflächen und Parks bietet New York? Wie bereits kurz angesprochen, ist der Central Park wohl die einzig nennenswerte Grünfläche für sportliche Freizeitaktivitäten. Jedoch gibt es abgesehen davon über die Stadt verteilt einige Parks, welche du besuchen kannst. Welche kulturellen Besonderheiten bietet New York? New York ist das Zuhause vieler Sportteams aus unterschiedlichen Wettbewerben. Unabhängig davon, wie sehr du dich für Sport interessierst, ist ein Besuch einer New Yorker Sportveranstaltung ein aufregendes Erlebnis. Welche wichtigen Städte gibt es im Bundesstaat New York? Die eben ausführlich thematisierte Großstadt New York City ist eine Weltmetropole mit knapp 9 Millionen Einwohnern. Die kulturelle Vielfalt der Stadt ist mit wenigen Metropolen auf der Welt vergleichbar. Welche Städte rund um New York solltest du besuchen? Philadelphia liegt im Bundesstaat Pennsylvania und ist aus historischer Sicht eine sehr wichtige Stadt. In dieser Stadt wurde nach erfolgreicher Abwendung britischer Truppen die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten beschlossen. Wie ist das Essen in New York? Aufgrund seiner kulturellen Diversität zeichnet sich New York City auch durch seine kulinarische Vielfalt aus. Neben Hot Dogs, Burgern und anderen lokalen Speisen findest du auch viele Spezialitäten anderer Länder. Benötige ich einen speziellen Führerschein für meine New York Rundreise? Falls deine New York Rundreise mit dem Auto durchführst, benötigst du einen Führerschein und musst mindestens 21 Jahre alt sein. Um im Ausland Auto fahren zu dürfen, solltest du dir einen internationalen Führerschein zulegen. Benötige ich ein Visum für die New York Rundreise? Für die Einreise nach New York bzw. die USA benötigst du ein Visum namens Esther. Dieses Visum solltest du im Idealfall einige Monate vor deiner Anreise ausfüllen und beantragen. Benötige ich eine Versicherung für die New York Rundreise? Grundsätzlich ist eine Versicherung für deine New York Rundreise nicht gesetzlich vorgeschrieben. Kann dir aber unter Umständen einige Probleme ersparen. Eventuelle Behandlungen und Krankenhausaufenthalte können unter Umständen nicht gesetzlich vorgeschrieben. sehr teuer werden. Wie lange sollte die New York Rundreise dauern? Um deine New York Rundreise umfangreich gestalten zu können, sind eine Dauer von zwei bis drei Wochen empfehlenswert. Dadurch hast du sowohl die Möglichkeit die Stadt zu erkunden, als auch Ausflüge in die Umgebung zu machen. Welche Wetterbedingungen herrschen in New York? New York liegt an der Ostküste. Dementsprechend kann das Wetter tendenziell weniger sonnig sein als im Westen oder Zentrum Amerikas. Im Sommer ist es warm und schwül. Im Winter kann es Schneefall geben. Das Wetter ist mit Deutschland vergleichbar. Jedoch sind die Temaraturschwankungen etwas höher. Wie sicher ist New York? Bei deiner New York Rundreise wird die Sicherheit oft davon abhängen. In welchem Teil der Stadt dich aufhältst? Im Stadtteil Manhattan solltest du dir grundsätzlich in Punkto Sicherheit keine Sorgen machen müssen. Welche Währung benötige ich für meine New York Rundreise? In New York, ebenso wie in ganz Amerika, ist der US-Dollar die zu benutzende Währung. Der Wert des Dollars liegt im Normalfall knapp unter dem des Juros. Welche Sprachen werden in New York gesprochen? Die Landessprache der Vereinigten Staaten ist Englisch. Mit dieser Sprache wirst du auch während deiner New York Rundreise kommunizieren müssen. Mangelnde Englischkenntnisse können deine Reise zu einem schwierigen Unterfangen machen. Wie kann ich Übernachtungen buchen? In allen Stadtteilen New Yorks wirst du Hotels unterschiedlicher Klassen vorfinden. Hierbei erfolgt die Berechnung in der Regel pro Zimmer und nicht pro Person. Gibt es Mietwegen in New York? In New York gibt es sogenannte Stadtbüros. Dort kannst du nach Bedarf ein Fahrzeug für deine Rundreise mieten. Je nach Fahrzeug musst du unter Umständen mit einem Aufpreis rechnen. Kann ich meine New York Rundreise auch mit dem Bus machen? Während deiner New York Rundreise kannst du selbstverständlich auch den Bus als Transportmittel nutzen. Im Vergleich zum Auto kann dies jedoch eine deutlich teurere und unflexiblere Variante darstellen. Kann ich aus New York auch Schiffsreisen buchen? Auch Schiffsreisen kannst du aus New York buchen. Besonders für beliebte Reiseziele wie Miami oder die Bahamas gibt es eine Vielzahl von Angeboten. Was muss ich bezüglich Rauchen und Trinken in New York beachten? Der Konsum alkoholischer Getränke ist in New York, ebenso wie in ganz Amerika, erst ab 21 Jahren erlaubt. Unabhängig davon ob du im Restaurant bestellen oder im Supermarkt einkaufen möchtest, solltest du einen Ausweis bei dir tragen.